Ja, herzlich willkommen zum Podcast von dem Mann Mühlbacher. Heute waren wir in Letzfeld. Ihr seht, gerade ist die Show vorbei. Die Leute sind noch heiß, aber wir sind fertig. Es regnet, wie die Sau. Schaut euch an, haben die Leute trotzdem Party gemacht. Ob Sonnenschein oder Regen, war saugeil. Und schaut euch den Podcast an. Viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist wohl besser, jetzt zu gehen, wir können keine Tränen ziehen, schönen Kurs und auch vielen Dank. Es war ein Phänomenal, aber auch nicht. Noch mal das Recht hat sich übernommen, auch von Musikverein-Pretzfeld. Das war genial. Ich habe mich gefreut, dass wir heute oben bei uns im Bretzfeld waren. Und ich glaube, selber vielleicht ein Publikum, geil, aber das war auf jeden Fall. Wir sehen uns nächstes Jahr, ne? Vielen Dank. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Unbedingt! Yay! Geil! Ja, geil! Ja, geil! Ja, geil! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Schönen guten Abend zusammen, der Auftritt ist zu Ende, wir haben nach Mitternacht, heute ist der Tag, an dem Deutschland Weltmeister wird, es war sensationell, es war ein Sportfest der SG Auerbach, wir bedanken uns für das geile Konzert und hoffen nächstes Jahr wieder freilich zu sein und die Bude zu rocken. Untertitelung des ZDF, 2020